Jetzt langsam durchschaue ich ihn. Ich durchschaue ihn. So verehre man, danke. Er will mich nur provozieren. Na? Er will mich aus der Reserve locken. Er will mich aus der Reserve locken. Aber wie war das denn? Leute, Titt, Titt, Barrello Titte, Barrello Titte will mich aus der Reserve locken. Guckt euch seine Titten an. Guckt euch seine Titten an. Aber wie kommt, wenn jeder tut Kopf in den Ballett? Guckt euch seine Titten durch das... Das hat ihn richtig getroffen. Guckt euch seine Titten durch das Adidas T-Shirt an, Leute. Abi! Abi! Hier! Hier! Ich bin in love with the shape of you. Ich bin in love with the shape of you. Ich bin push and pull like a magnet to you. Ich bin in love with your love. Abi! Hast du mal getanzt? Männer tanzen nicht. Ehrlich? Nur auf besondere Feierlichkeiten. Du meinst nicht? Ja, besondere Feierlichkeiten. Leute, die dir nahe stehen. Leute, die du magst. Wenn die... Wenn etwas ist, eine Feierlichkeit. Wo du dich auch mit den Leuten identifizieren kannst. Verstehst du? Abi! Kannst du bald mit mir forttanzen? Und ich... Und ich... Und ich schmeiße so mit Parra? Tack, 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 tack. Auf dich, Abi! Mit Fünfer! Warum bist du so respektlos? Was ist los mit dir? Erzähl mal. Gut, mein Name, Abi. Hast du heute... Kellogg's gefrühstückt, oder was? Abi! Was hast du gegen Kellogg's jetzt? Bist du auch manchmal in Berlin, Barilo? Ich bin nicht mehr in Berlin, Abi. Weil ich hab Angst. Leute. Geschieht diesen Flachwichser recht, dass er 3.000 Euro für Pizza zahlen musste. Geschieht ihnen recht. Kannst du auch schieben? Hahahaha WaaH minimum? Uah, Abi, du hast doch Maschere. Hau Holla! Was sagst du da? Ich werde Leverando T-Shirts schicken. Warte ab! Barbarisch werden... er zahlt einfach 3000 euro für eine pizza die werden sich barbarisch packen er muss mir selber lachen neuer spitzname calzon wie hat die pizza so geschmeckt erzähl mal eigentlich war das pizza pizza hawaii oder pizza was war das so war was war das mit goldblätter belegt oder so wir rufst du jetzt an warte warte ich war nicht du hast gestern schon was gemacht worden ich war nicht ich weiß nicht wieso man mich rausgeschmissen hat Das war's für heute.